Ja, es ist eine Situation eingetreten, bei der wir nicht einfach als Mannschaft und als Trainerteam zur Tagesordnung übergehen können und auch nicht wollen, weil die Ereignisse rund um das Spiel in Bielefeld uns eben doch belasten. Kann ich nicht anders sagen. Wir haben auch diese Konstellation hier ganz bewusst gewählt. Ich freue mich, dass Dixie Dörner an meiner Seite sitzt als sportliche Legende dieses Vereins, als jemand, der im Aufsichtsrat ist und mit Benjamin Kirsten, Robert Koch und Christian Fjell drei verdiente Spieler an meiner Seite sitzen, die Fans und die Fanszene und was die Fans für diesen Verein bedeuten, glaube ich, sehr gut nachvollziehen können. Ich möchte heute, dass wir den Finger in die Wunde legen und nicht mit dem Finger auf andere zeigen. Es besteht aus meiner Sicht eine große Diskrepanz zwischen 98 Prozent von vorbildlichen Dynamo-Fans, die eine Werbung für den Fußball sind zu zwei Prozent Kriminellen, die Deckung finden in den Reihen unserer Fans und dadurch für die Behörden und die Polizei nicht zu greifen sind. Ich bin jetzt seit drei Monaten Cheftrainer von Dynamo Dresden und als ich angefangen habe, hatten wir nach sechs Spielen drei Punkte. Es gab eine gewisse Hoffnungslosigkeit innerhalb und außerhalb der Mannschaft. Wir haben das als Mannschaft angepackt, wir sind zusammengewachsen, wir leben Teamgeist und haben durch sehr, sehr harte Arbeit uns 20 Punkte nach der Hinrunde erspielt. Und darauf sind wir sehr stolz. Wir haben das auch erreicht, weil wir eine unglaubliche Unterstützung von unseren Fans bekommen, Woche für Woche. Wir hatten Spiele dabei, ich erinnere zum Beispiel an das Auswärtsspiel bei 1860 München, wo 12.000 Dynamo-Fans im Stadion waren und für eine Stimmung gesorgt haben, dass selbst Leute von 1860 München mir gesagt haben, das ist ja Wahnsinn. Eine Begeisterung, eine Unterstützung, die ihresgleichen sucht. Wir hatten Heimspiele hier, ich erinnere mal an Cottbus oder an Kaiserslautern, da hat dieses Stadion gebebt. Und diese 20 Punkte sind auch ein Stück dieser Unterstützung, die uns die Fans geben, die Kraft, die wir daraus ziehen können, um diesen sportlichen Weg zu gehen. Um das vielleicht so ein bisschen zu unterstreichen, erzähle ich Ihnen eine Begebenheit von letzten Samstag, als ich das Spiel des 1. FC Köln gegen den FSV Frankfurt beobachtet habe, wo mich ein Vertreter eines Konkurrenten angesprochen hat und gesagt hat, Olaf, ich war im Stadion gegen den 1. FC Kaiserslautern und habe eine Analyse von dem Spiel geschrieben. Ich habe mit dem Spiel nichts zu tun gehabt. Es hat mich gefesselt. Mein Sitz hat vibriert. Und ich habe mich erwischt, wie als ihr das 3 zu 2 geschossen habt, ich hochgesprungen bin und gejubelt habe, obwohl ich mit diesem Verein gar nichts zu tun habe. Und das zeigt, welche Kraft und welche Energie hier in unserer Fanszene steckt und welche große Unterstützung wir von Ihnen bekommen. Am letzten Freitag haben Teile aus dieser Fanszene das hässliche Gesicht von Dynamo Dresden gezeigt. Sie haben Schande über diesen Verein gebracht. Und das alles eine Woche, nachdem der Verein, DFB und DFL sich die Hand gereicht haben, einen Neustart begonnen haben, um positiv und gemeinsam in die Zukunft zu gehen. Und man wird das Gefühl nicht los, dass das, was dann dort passiert ist, nach diesem Schulterschluss bewusst gewählt worden ist. Über 250 Fans unseres Vereins planen diese Reise nach Bielefeld. Planen, dass sie dort Gewalt sehen wollen. Sie bekommen Zugang zu unserem Fanzug. Mitwisser besorgen Ihnen Tickets. Mitwisser, die auch wissen, dass in Bielefeld nicht nur Fußball gespielt werden sollte. Sie haben eine Spur der Gewalt hinterlassen. Unschuldige Menschen wurden verletzt. Zum Teil sogar schwer. Und ich hoffe und ich bete dafür, dass diese verletzten Menschen wieder vollständig gesund werden und nicht unter den Folgen dieser feigen Anschläge leiden müssen. Supermärkte wurden überfallen, ein Kino wurde überfallen. Eine Kassiererin, eine völlig unschuldige Kassiererin wird mit Pfefferspray angegangen. Sachbeschädigungen. Und am Ende, das, wo wir Monate und Wochen darüber gesprochen haben, findet statt. Püro wird in unserem Block von Vermummten gezündet. Dieser Freitag war eine Schande für den Verein und tut uns hier oben, alle, die im sportlichen Bereich arbeiten, verdammt weh. Weil wir arbeiten gerne für diesen Verein. Wir arbeiten gerne für diese 98 Prozent, die uns diese Unterstützung zuteil werden lassen. Aber eins ist auch klar. Und deswegen sitze ich hier und deswegen spreche ich diese Worte. Wir ziehen nicht den Kopf ein. Wir müssen dieser Gewalt die Stirn bieten und nicht wegschauen. Sie werden verstehen, dass wir nach der Pressekonferenz, wie eben vor unserem Pressesprecher angedeutet, den Raum verlassen werden, weil wir uns auf die sportlichen Dinge konzentrieren wollen. Auf unsere sportlichen Aufgaben, die schwierig genug sind. Aber bevor wir aufstehen, möchte ich einen Aufruf starten. Einen Aufruf an die 98 Prozent der wirklichen Dynamo-Fans, die ihren Verein lieben. Schaut nicht weg. Gebt diesen Kriminellen keinen Unterschlupf. Erhebt euch und zeigt der Gewalt eure Stirn. Schiebt die Kriminellen und Vermummten in die erste Reihe, damit Gesetz und Justiz sie entsprechend verurteilen können. und sät Freude, sät Begeisterung in unsere Stadien und gebt dem Hass und der Gewalt keine Chance. Denn eins ist klar, Hass und Gewalt wird den Fußball zerstören. Und Hass und Gewalt wird am Ende das zerstören, was ihr liebt. Euren Verein. T Hermann 23 23 24 26 Vielen Dank.